Ein besonderes Ereignis steht bevor. Der erste Charity-Night-Mix. Am 10. Februar 2024 in der P2 Halle in Petisdorf 2. Ein Abend voller Musik und Gemeinschaft mit fünf fantastischen Musikgruppen, die für eine unvergessliche Atmosphäre sorgen werden. Jeder Euro des Reinerlöses dieser Nacht geht direkt an Füreinander Gutes tun. Seien Sie dabei und helfen Sie mit. Wir zählen auf Sie.